Nein, nein, nein. ...crafting skills dauern an. Oh, jetzt haben wir plötzlich wieder rote Schaltkreise im Mangel, ich weiß es nicht. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Oh, ein orangenes Symbol. Was ist orange? Oh nein. Eine Zugstrecke kreuzt den Weg meines sorgfältig angelegten Batteriefeldes. Weinerei! Oh, ich bin gerade noch an der erweiterten Stahlproduktion. Das ist doch alles blöd, wie ich das hier baue. Oh, ich wollte es jetzt nicht so laut sagen. Moment. Oh, das ist weg. Oh, ich bin gerne. So, dann ein unterirdisches, ah, so klappt das. Ich finde es echt erstaunlich, wie viele, wofür wir Eisenbahnlinien bauen. Und für was wir, äh, Fließbänder benutzt haben. Ja. Müssen wir damit irgendwas mitteilen? Äh, nein. Natürlich nicht. Gut. Gut. Genau, gut. Ich habe wieder einen Panzer. Oh yeah. Ich werde mit meinem süßen Gefährt mal nach Süden schauen, um dort ein wenig aufzuräumen. Okay. Bring Kupfer mit. Was? Bring Kupfer mit. Du kannst hier Kupfer aus der Kiste holen. Wo denn? Bei der Batterienherstellung. Da muss ich bis dahin laufen. Oh. 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 Hier. Cool. Gibt es denn das? Ähm. Was soll ich jetzt? Also hier. Stahl. Sind ganz schön viele Alien Basen. Vor allem auch große. Ja. Das ist richtig. Ach du Scheiße. Was ist mein Inventar eigentlich voller Eisenerz? Ja. Was haben sie denn jetzt kaputt gemacht? Ah. Ein Stück Wand. Die Kiste drauf. Ja. So, von unten dürften so schnell keine größeren Angriffe mehr kommen. Ich fahre jetzt noch mal unten rechts die Basis ab. Okay. Ich geh mal alles zurück, zwei sind entwischt. Oh nein! Hier stehen ja sogar noch eine ganze Menge Häuser und Bäume. Äh, Bäume, keine Häuser. Häuser. Hä, 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 Hä. Komm, seh jetzt auf. Häuser. Ich weiß nicht, wie ich auf Häuser komme. Kann mir grad irgendwie hinten sind. Hm. Oh, hier unten ist aber auf jeden Fall noch ein riesengroßes Eisenvorkommen. Wo? Ach hier? Ja. Na, hier links auch. Unten links. Also von dir aus. Fast direkt links. Da sehe ich nur Kupfer. Ja, und weiter links ist nochmal ein riesengroßes Blaues. Fleckchen. Ah. Uh, das ist ja wirklich riesig. Okay. Dann ebenso. Oh. Oh. Ach ne. Scheiße. Oh, wir haben Kampfangzug beendet. Tragbare Fusionsreaktor. Hm. Klingt gut. Einmal erstmal Energieschild MK2. Ja, sieht das mit dem Eisen schon wesentlich besser aus. Produktion. Warum? UndIND. So. Wie. 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 Ähm, ich wollte irgendwas machen. Wir brauchen dringend Kupfer. Kupfer ist wie gesagt links. Ja, aber ich meine automatisiert. Achso, du kannst dir ja auch links noch was abgreifen. Von der Automatisierung her. Nö. Dann halt nicht. War ja nur ein Angebot. Ach, du hast hier ganz links das neue Vorkommen oder was? Ja. Hm. Ich schau mir das mal an. Naja. Ist noch nicht ganz ausgelastet, aber da bin ich gleich dabei. Ja, da geht auf jeden Fall mehr. Naja. Naja. Halt ich nicht irgendwo. Ach ne, der hat sich bei der Kohle gesetzt. Noch ein paar mehr Ernte. Die habe ich gerade gebaut. Okay. Ach, mach das anders. Ich baue auch noch so ein paar Lichtbogenöfen und nutze das in Dornbitte. Das Kupfer vorkommen. Okay. Und da ist ja noch so unglaublich viel. Ja. So. Ein Eisenmangel ist erstmal nicht mehr. Das ist schön. So. 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 Aber die blaue Soße ist schon wieder alle. Ja, weil hier immer noch die Automatisierung nicht flüssig läuft so wirklich. Hm. Gehen hier die roten, ne? Hm. Ah, genug Rohstoffe hat's ja. Da bräuchten wir eigentlich eher nochmal nen, äh, so ein zweites rotes. Ja, irgendwie so, weil das rote ist halt echt ätzend. Ja. Das rote dauert so lang. Weil keine Module mehr kommen. Beziehungsweise nicht genug. Das heißt, wir brauchen irgendwie nochmal Produktionsstätte für die grünen, also für die normalen Schaltkreise. Ja. Ja. Das ist halt einfach zu wenig, was da rumkommt. Ja, die werden ja echt für alles andere gebraucht. Ja. Das könnte man theoretisch mit der neuen Kupferproduktion verbinden. Ja. 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 Ich werde da nun mal fix mit nem Panzer vorrücken. 1,3 GHz Speicherleistung für Stropen haben wir jetzt. Was? An Akkumulatoren. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Da oben gibt es vorne noch eine ganze Menge Zeug. Wo? Hier, wo ich gerade befahre. Oh, ja. Gibt es noch riesen Kohle vorkommen? Oh, ja. Oh, ja. Ich meinte eigentlich die Viecher, aber ja, auch Kohlevorkommen gibt es hier noch eine ganze Menge. Du machst das super. Ja, das sehe ich nämlich auch so. So, meine Munition ist alle und mein Panzer ist nahezu schrott, Zeit zurückzufahren. Ja, das wäre sinnvoll. Ah, ich habe nochmal zwei Nester ausgelöscht. Sehr schön. Ja, ich habe nochmal zwei Nester ausgelöscht. So, geht das auch vom Strom. Mist. Kupfermangel. Hier drüben nicht. Gesundheit. Echt ey. So, jetzt sieht das schon besser aus. Also, ich finde ja unser Akkumulatorenfeld sieht schön aus. Oh, du Scheiße. Ja. Können wieder ein bisschen forschen. Ja, im Grunde müssen wir jetzt quasi nicht schneller forschen, oder? Nö. Ah, persönliche Laser-Verteidigung. Ja. 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 es wird gar kein kunststoff mehr produziert ja weil lang ist voll ja wir sollten hier vielleicht mal alles auf rote fließbänder umschöpfen naja wobei an sich ist es auch rost ja also am tempo mangels nicht ja einfach nur alles unglaublich ineffizient gebaut wir hätten uns da vielleicht mehr gedanken machen sollen zu spät schade wie hell das hier auf einmal wird wenn die akkumulatoren entspringen so 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 so